ja hallo mein name ist robert brah ich bin für den vertrieb von snooze verantwortlich was ist snooze ist ein hilfsmittel wenn man schwer einschlafen kann wenn man nicht durchschlafen kann aber der große vorteil und das ist die innovation von diesem produkt ist es weltweit einzigartig weil es ist auf reiner kräuter basis was ist drinnen es ist sehr viel bald darin drinnen sehr viel passions blume drinnen lindenblüte zitronenmelisse und kalifornischer mohn das war es abgerundet mit etwas zucker damit die wirkstoffe gut mit harmonieren perfekt abgestimmt wann trinke ich es eine halbe stunde vorm schlafen gehen oder auch gerne in der nacht wenn man munter wird macht die dose aus und trinkt die dose aus wir haben es genau 135 milliliter so viel gemacht damit man nicht wieder in der nacht aufs klo gehen muss auf die toilette gehen muss also genau ideal abgestimmt im endeffekt das schöne daran ist wir haben da bei dieser sorte die ich jetzt in der hand habe das ist das nur strong haben 1200 milligramm bald daran drinnen das ist dreimal so viel wie in den normalen tabletten drinnen ist zurzeit kann man das produkt kaufen in ausgewählten apotheken die können des produktions bestellen zusätzlich sind wir beim inter spar bei der euro spar vertreten bei den spargommets maximarkt in oösterreich und zusätzlich beim pipa sind wir auch erhältlich das ist unser vertriebskanal und jetzt sind wir natürlich hier bei den messen um uns kennenzulernen weil das produkt steht größtens im regal und damit findet man es schwer und bei den messen können wir jetzt natürlich gerade aufs ziel publikum zugehen und das produkt erklären